Das ist schon nice. Dann ist es wahrscheinlich das gleiche noch auf der anderen Seite. Soll ich, ich konnte grad, mein Fadenkreuz geht grad auf dich, what the hell? Willkommen zurück zu It Takes Two. Wir befinden uns immer noch auf dem Dachboden der Familie, wo es anscheinend ein ganzes Musikstudio hat und genau. Wir werden jetzt hier das letzte oder dieses weitere Gebiet noch erkunden, was es noch gibt. Das ist ein Radiosender der 90er oder so. Hat was. Oh was? Wir können verschiedene Drums einspielen können wir. Boah, da fühle ich mich zuhause. Für die Zuschauer bei mir, die es vielleicht wissen, ich mache ja sehr aktiv oder bin ja auch sehr selber so was Speedproducing. Bin ich ziemlich im Game, würde ich sagen. Ich checke zwar nicht, wie das jetzt hier funktioniert, aber wir finden es raus. Was? Was ist das? Irgendwas, irgendwas jetzt vorgeben. Das klingt komisch. Definitiv. Wir müssen bei, bei vorwürdig mal auf den Kanal gucken. Warte mal, Reset. Hat es denn hier irgendeinen, irgendeinen weiteren Sinn? Haben wir irgendwie Vorgaben, was wir machen müssen? Ich sehe jetzt irgendwie nichts, wo ich mein Frisbeen werfen könnte zum Beispiel. Hier ist irgendein Kabel ausgesteckt. Moment. Aber, aber das gelbe ist ja komplett am leuchten. Das gelbe Kabel. Warte mal. Oh! Yes! Was hast du gemacht? Ich habe so einen Bass eingespielt. Hörst du den? Ja. Ja. Okay, okay. Aber anscheinend brauchen wir mehr, weil guck mal, die Kabel leuchten so. Okay. So. Aber was kann man noch machen? Wo warst du am, wo warst du am Bass? Das Pinke ist noch nicht voll, warte mal. Jetzt. Nee, warte, eins fehlt. Irgendwo fehlt noch was. Machen wir unten. Wow. Jetzt gehts los hier. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Oh, ja. Wir haben einen Hits gemacht, oder? Vielleicht nicht einen Hits, aber es ist Musik. Was geht denn jetzt an? Ja, doch. Man hört sogar wirklich das, was wir eingespielt haben, im Hintergrund. Klingt halt for real nicht bad. Aber Musiker. Okay, lass tanzen. Ah, das geht nicht. Boah, ist die Musik laut gerade, holy shit. Oh Gott. Oh, May, look, that spotlight must be for you. Uh, no thanks. Come on, May, you deserve to be in the spotlight. No, Cody, I prefer to control the spotlight. Now get down there. Okay, okay. Okay. I guess it's my time to shine. Oh, was? Jeez. Ah, okay, warte. Hey, hey, hey. Lights on me. Okay, ich muss im Licht bleiben. Sonst sterbe ich. Boah, Gitarre. Okay, okay. Schnell rüber. Aua. Spring? May, I can't see. Oh, ich seh. Geh am besten du zuerst, weil dann seh ich wo ich lande. Geh mit dem Scheinwerfer dahin. Ja. Okay, okay. 9, 3, 2, 1. Ja, mit 1 Damage kann ich leben. Ich krieg irgendwie, ich hab immer noch volle Leben und what the fuck. Ah, kann ich hier etwas Licht bekommen, bitte? Okay, okay. Links ist was. Kannst du mal kurz links, kann ich da hin überhaupt? Ja, ja. Ah. Uiuiui. Wow. Ach so, du musstest das sogar anleuchten. Okay, los geht's. Ja, perfekt. Wow. Wow. Anderen Scheinwerfer? Ich bin sicher, du hast das. Vertraue mich. Ich kann unter das. Okay. Ich vertraue dich. Ja, ja und jetzt. Wo muss ich rein? Okay. Ah. Warte mal, warte, 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 warte. Ich weiß wie. Mit einem Scheinwerfer auf das Licht. Ich hab verstanden. Aha. Okay, wir kommen vorwärts. Oh. Ich renne durch. Oh, nicht gut. Warte, 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 warte. Stop, bleib stehen. Ach, du heilige. Musst du da irgendwie was anhalten? Ne, da passiert nichts. Wir müssen einfach schnell durch. Einfach schnell durch. Okay, warte, warte. Und, let's go. Oh. Oh. Irgendwie kriege ich kein Damage. Warte mal, lass mich mal im Dunkeln. Oh, doch. Okay. Ja, doch. Ah, ich regenerier mich einfach. Okay. Na gut, dann ist er, dann ist er Knorkel. Jetzt links und rechts. Fuck. Musst du gleichzeitig? Bitte sag nicht. Wir gehen mal erstmal mit dem einen. Ah, okay, dann werf ich schon nicht. Ah. So. Ja, du musst einen Scheinwerfer auf dem linken halten. Ja, ja. Was man auch machen könnte, ist, du bleibst mit beiden drauf und ich renne kurz, obwohl der Damage ist halt zwei pro Sekunde. Ich kann mit dem, mit dem roten kann ich nur nach rechts, nicht nach links. Dann mach den roten auf mich und dann gehst du mit dem linken grün nach links. Genau, jetzt gehen wir mit dem roten vor. Der grüne muss halt bleiben. Ähm. Ne, du, das müsste, das müsste, geht schneller wenn ich mit grün auf rechts wechsel. Aber ich probier's mal. Naja, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Schnell, 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 schnell. Rot rüber, rot rüber, rot. Nein, 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 was tust du? Hallo? Bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Geht nicht. Ich komm mit dem grünen nicht rüber. Nein, nein, guck. Nein, nein, du gehst einfach. Ähm. Du, das hat ja so nen Timer. Das bleibt eine bestimmte Zeit oben. Du kommst jetzt mit dem grün auf mich, mit dem roten gehst du rüber. Schnell, schnell, schnell. Los. Und weiter, weiter, mit grün weiter, mit grün weiter. Ich brauche Licht. Und weg. Genau. Das ist nicht einfach mit der Maus zu steuern. Okay. Ui. Ich lauf einfach durch. Warte, warten, warten, warten. Und let's go. Oh Gott. Und jetzt? Hä? Komm ich so weit? Muss ich eigentlich, oder? Ja. Oh. Schnell, schnell, schnell. Licht. Oh, da ist... Ja, weiter. Da haben wir doch was. Perfekt. Boom. Das ging voll lange, what the fuck. All right. Meine fantastische Training hat dich in eine stärkere Team, meine Freunde. Du hast... Das Licht! Oh, schau. Cody? Und weg, tschüss. Wie sieht das denn mit? Ah. Oh. Ich glaube schon. Oh ja, oh ja. Oh. 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 Oh ja, oh ja. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Musiker und was, weißt du? Ha! Danke, Cody! Das ist was ich sehe, Musiker! Jetzt! Hiya! Geh und find ein Orchester! Oh nein. Kannst du ihn nicht empfangen, bitte? Okay, okay. Wenn du singst. Oh Gott, jetzt werden wir noch Orchester finden, oder? Oh, ist das ein Minigames Schachspielen? Jawoll! Ich kann auch kein Schach. Ah, okay. Und es wird nicht versuchen, uns zu töten. Du weißt, ich bin nicht gut an Schachs. Es ist nicht egal. Es ist nur für Spaß. Das geht ja ewig. Oh, das ist extrem Chessing. Wie? Achso. Ich kann null Schach, ne? Gar nicht. Achso, wir können... Okay, das wird interessant jetzt. Du musst auf den Knopf drücken, wenn du gespielt hast. Wie bei der Weltmeisterschaft. Ja, ja, okay. Woah, das war knapp. Hä? 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 Warte mal, warte mal. Ach, du hast... Nein, du musst dann zu der... Du musst zu der Figur gehen dann, Flo. Okay. Du musst die nach vorne ziehen. Ich kann die nicht... Achso, ich bin. Ich bin erst, warte. Nein, jetzt steht der Turm im Weg. Das ist ja dumm. Jetzt ist es eh rum. Joll. Okay. Das schneide ich auf jeden Fall. Das lass ich nicht so roh drin. Das ist ja die Langeweile pur hier zum Zuschauen. Okay. Okay. Schach spielen wir nicht so. Schach spielen wir nicht so. Aber Schachspiel ist eigentlich cool. Ich muss eigentlich nicht... Okay. Aber... Mich denn nicht in dem Zusammenhang. Okay, los geht's. Jaja, nicht in dem Zusammenhang. Aber so, wenn man auf dem richtigen Brett spielt, ist schon cool. So. Ja. Schau an all diese Sachen. Oh! Mehr Instrumenten! Nice! Let's try them out! Okay. Das ist ja super. Das ist ja super. Okay. Hey, ist das dein altes Piano? Ja. Mal sehen, ob es noch in Tune ist. Ein bisschen alles. Hier haben wir eine Geige. Wir haben ein Klavier. Ein grünes Höl. Okay. Kann man da auch auf den... Ja. Auf den Gläsern fahren. Okay. Wir sollten mal ein bisschen vorwärts machen. Wir haben ein bisschen viel Zeit verschwendet. Okay. Wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Hier wahrscheinlich. Jawoll. Yippie! Hast du einen Weg? Oh, okay. Oh, hier runter? Was? Oh! 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 Okay. Ah, das war sogar richtig. Hä? Ach so. Oh! 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 Oh, ich muss da vorne hin. So, und ich, was muss ich jetzt machen? Ah, hier. Ah, okay. Cool, cool, cool. Huh. Oh. Hier musst du wieder die Tür aufsingen. Okay, dann sing ich mal. Oder schreist du. Wow. Okay. Was müssen wir da denn machen? Ah, okay, wir müssen irgendwie ausweichen. Ausweichen geht nicht, das ist eine ganze Sphäre. Oder kannst du mit dem Gesang, wenn du gedrückt hältst, einen Schutzschild machen vielleicht? Nee, dann schauen wir nicht. Hä? Nee. Verstehe ich jetzt nicht. Hä? Wie soll das gehen? Hä? Müssen wir irgendwie vorher noch irgendwas machen? Muss, muss er irgendwie. Nee, da auch nicht. Hä? Okay, lass, lass mal, lass mal überlegen. Bitte? Ist das aber die komplette Wand, die da... Ja, wie soll das gehen, hä? Kannst du dein Schild nach vorne machen? Oder kannst du vielleicht eine Frisbee machen? Ich kann nur so schauen. Bringt das was? Nee. Hä? Ich glaube, safe, irgendwas mit dem Gesang. Ah, Schildblock, na klar. Was denn? Ah, du kannst... Nein, 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 mein Kopf geht nicht, hallo? Warum geht der? Hallo? Bin mal gespannt, wo wir jetzt wieder weitermachen. Oh, jetzt hört es gut an. Perfekt. Und? Doch, jetzt geht's. Flo, man hört dich nicht. Flo? Ich hab nicht gecheckt, dass ich gemütet bin. Hoppla. Ich rede die ganze Zeit. Okay. Oh. Ah, warte. Ich glaube, ich muss... Du musst mir... Du musst genau hinter mir sein. Du musst mir schon mitnehmen. Weil ich dachte, ich müsste alleine da vorne irgendwas machen. Okay, rüber. Okay, los geht's. Oh. Es gibt so einen bestimmten Radius. Okay, warte, nochmal warten. Jetzt rüber. Bleib hinter mir. Jetzt geht auch der Schildblock. Ja, super. Oh, ui, ui, ui. Wow, es wird ja mal lauter. Uh. Können wir kurz schauen, wo es links ist? Ah, scheiß. Hoffentlich gehen vor. Oh. Links oder rechts? Links. Okay, weiter. Bleib hinter mir. Ich glaube, hier unten sind wir safe. Ja. Ja. Okay, okay. Oh. Wie das klingt. Ei, musst du wieder reinschreien? Oh, was? Oh, lol. Ah, warte, 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 warte. Schnell. Andere Seite. Ja, ja. Andere Seite. Ja, hoch. Nice. Hoch die Flügel. Nochmal rein. Links, rechts, 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 hoch. Ah, ja, alles gut. Puh. Ah, sehr gut. Fixiert. Nice. Perfekt. Perfekt. So, okay. Oh, oh. Muss ich da was reinwerfen? Ist es das gewesen? Jetzt bin ich aber auf derselben Seite, glaube ich, wie du, ne? Eh. Aber das ist, glaube ich, nicht so gut. Nee! Nee, ist nicht. Nee! Nee! Oh, nein. Oh, Mann, ey. Boah, dieser, dieser Huh. Wahrscheinlich Huh, aber dieses Horn. da frage ich mich dann warum haben die eine orgel auf dem dachboden die haben alles magie ja hat schon himmel vibes je nachdem wie man sich den himmel vorstellt die Oh, neue Fähigkeiten, yes. Sauber. Oh, wow. Ja, dann auf, auf. Springen, fliegen. Lieu. Puh, woran gehen wir zuerst? Ich glaube, wir müssen die einmal nur einsammeln. Ah, okay. Das macht auch Sinn, okay. Äh, wo noch? Ah, hier ist eine. Da ist noch eine. Es sind zwei. Hier ist keiner. Oh mein Gott, das sind ja mega viel. Perfekt. Das eine ist schon komplett. Andererseits gibt es auch noch ein Tor, lol. Hallo, ich kann sich einsammeln, ich bin zu dumm. Perfekt. Okay, eins müssen wir noch, oder? Ne, wir haben beide zwei offen. Ich hätte zumindest keine mehr. Gehen wir mal ein eins rein hier. Weil wir werden ja sehr viel schneiden müssen bei der Folge, wegen Schach. Deswegen denke ich, haben wir dafür noch Zeit für eine Hälfte zumindest. So, okay. Wir öffnen die Tore. Oh, gods. Okay, done. Oh hell no. Yo, ich kann nie wegsingen. Und ich kann schießen. Lol, wie geil. Ich treffe nicht. War doch jetzt. Yo, das ist ja mal legendär, man. Wir sollen den mit dem Schlüssel finden. Der hat den Schlüssel. Ja. Ich hab den Schlüssel. Hasten? Ja. Ah, hier ist noch einer. Nein, er hat ihn wieder. Er hat ihn weggenommen. Oh, er hat ihn. Er hat ihn. Er hat ihn. Er hat ihn. Stimmt. Okay. Und ziehen. Hoch. So. Achso. Jawohl. Okay, das ist schon verdammt gut. Das ist schon nice. Dann ist wahrscheinlich das gleiche noch auf der anderen Seite. Oh. So. So. Ich, ich konnte grad. Mein Fadenkreuz geht grad auf dich. What the hell? Okay. Möchtest du mir irgendwas mitteilen? Nee. Fuck EA. Oder nee, wie heißen die Entwickler? Keine Ahnung. Irrelevant Studios. Ah, komm, lande doch. Okay. Oh, was? Oh, Super Mario Wolken. Ah, lucky zu Wolken. Wahrscheinlich in den Wolken, oder? Ja. Oh. Oh nein. Oh nein. Und von was träumt ihr nachts? Hm. Oh ja? Just laugh it up. Crazy Devils. Cause we're about to bring it. Okay, dann lassen wir die Wolken mal heulen. Sorry Clowns. Use your tears to clear the fonts. Aber wie oft muss man da drauf gehen? Ach, wie sollen die rumschlagen? Oh Gott. Hä? Aber werden die kleiner? Werden die kleiner, oder? Nein. Aber irgendwie bewegen sich die bei mir nicht. Ich glaub nur du kannst die wegbewegen. Ich glaub ich muss sie zum Heulen bringen und du kannst sie dann wegschlagen. Oder bewegen. Nein, du kannst sie bewegen, genau. Und? Oh Gott. Warum müssen wir immer jemandem schaden? Das ist doch so cool. Aber was ist das hier alles? Ah. Hebel, Hebel. Äh, hier. Äh, Nebel. Hier. Weg. Warte. Bei mir hier. Ich brauch hier, äh, Wasser. Ja genau. In die Richtung. Wow. Oh. Okay, sie kommen raus. Wo sie dir? Dann haben wir einen Schlüssel schonmal. Er hat den Schlüssel dahinten. Hallo. Ah. Ja jetzt. Wo, 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 hast du einen? Ja du hast einen. Ich hab einen, ja. Schnell zum Schloss. Runter mit dir, Cody. Hier einer ist drin. Zumindest zwei. Wahrscheinlich auf der, vielleicht auf der anderen Seite hier. Irgendwo. Safe hier ist. Weil hier ist so, hier ist nur niemand. Jawohl. Oh, der Predict Boss. Und da kommen sie wieder. Sauber. Ja, der schluss ich hab ihn. Nimm, nimm. Nimm, nimm. Hast du den? Ja. Oh, und rein da. Perfekt. Oh. Und los gehts. Schöhn. Dieses kopflose Orchester. Ja, so mega. Eins fehlt noch. Nö, wir haben alle. Sicher? Waren das nicht A3? Echt jetzt? Nee, da vorne ist nur, dass wir es aktivieren müssen. Okay. Dann... Oh, wo bist du hin? Hier ist ein Minigame. Guck mal hier unten. Hier ist ein Spielplatz. Volleyball. Lol. Ich würde sagen, mit dem Volleyballspiel beenden wir die Folge. Das ist noch cool. Das machen wir noch. Warte, 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 warte. Volleyball. Aber ich liebe Volleyball. So cool. Mit Steuerung. Genau. So. Lass den Ball nicht den Boden berühren. Spring, um den Ball auf die andere Seite zu schlagen. Spring zum Schmettern. Oh Gott. Kann ja was werden. Okay, probieren wir es. Oh, die Musik ist so laut. Ah, jawoll. Hat er nicht gesagt, mit Sprinten schmetter ich den? Warte mal, warte mal. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Jawoll. Nein, 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 nein. Oh nein. Das ist schwierig. Oh mein Gott. Warum schmeißt du den zu mir? Nein. Oh nein. Aha. Ja, es orientiert ihn automatisch. Huch. Was? Wo geht er hin? Ist er dumm. Oh. Oh. Ei. Okay, es ist schwer zu steuern. Es ist sehr schwer zu steuern. Okay, los geht's. Oh. Gerade noch gesaved. Oh nein. Ah. Yes. Und ein Smash. Nein. Ja. Das Smash hab ich raus langsam. Zack, noch einer. Oh shit. Oh shit. Nix, nix, nix. Nix, nix. Nix, noch einer. Nein. Oh Gott. Shit. Jawoll. Nein. Das wird ein Smash hin. Nein. Zack. Ah nein, wir haben eben gesprungen. Und ein Smash. Oh fuck. Nevermind. Da wollte ich zu viel. Au. Okay. Du hast gewonnen. Gut. Dann würde ich sagen, kriege ich hier doch rechte Final-Vibes und ich gehe auch ziemlich davon aus, dass es das Finale sein wird. In der nächsten Folge, denke ich jetzt. Sehr wahrscheinlich. Das ist eine 95% Chance, denke ich jetzt mal, dass die nächste Folge das Finale wird. Okay. Dann muss ich hier die Musik übertönen und ein bisschen lauter reden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut bei BLA vorbei und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von It Takes Two beim Finale wieder. Was ist los? Ich kann nicht reden. Das ist so. Okay. Bis zur nächsten Folge. Ciao. You don't love me now. You will never love me again. I can still... Wait a minute. You used my chessboard to build your toy castle. Yeah. So what? You never use it anymore. Because I don't have the time. But now, you can control time. I can still...